Fahre Karten nach Venedig, bitte. Einfach? Nein, auch für mein Opa. Nein, ich meine auch die Rückfahrt. Was denn billiger? Na, einfach. Dann das zweimal. Dein Alter? Nein, mein Opa. Wie alt du bist? Oh, elf. Elf? Na, dann fährst du umsonst. Super! Das macht dann 224 Euro, bitte. Opa, hast du Geld dabei? Du musst einen Pin eingeben. Ähm, Opa? 1916. Sicher? Schlacht von Verdun. Schlacht von Verdun? Erster Weltkrieg. Hast du toll gemacht, Opa. Vielen Dank. Na dann, gute Reise und viel Spaß in Venedig. Woher weiß der denn, wohin wir wollen? Steck ihr drauf. Steck ihr drauf.